Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Pflanzensimp-Challenge. Derwin will sein Leben als Pflanzensimp verbringen. In dieser Challenge helfen wir ihm dabei, das zu schaffen. Dies ist Teil 12. Derwin ist gerade schon aufgewacht. Er ist wieder ziemlich dreckig geworden. Oh, und da wartet Unkraut. Aber, oh, der ganze Baum ist voll mit Früchten. Das ist ja toll. Ja, na, er wird jetzt auf jeden Fall schon mal satt von der Sonne. Das ist schon mal ganz gut. Da warte ich einfach ein bisschen ab, bis sich das noch gebessert hat. Wo steckst du denn? Da? Okay. Was willst du da? Einfach mal dahin gelaufen? Naja, warum nicht? Ich würde aber trotzdem sagen, geh einfach mal wieder nach Hause zurück. Und wir versuchen das dann nochmal mit der Dusche. Ja, das ordne ich schon mal an, ob es vielleicht auch das Schnellduschen ist. Ich probiere mal eine erfrischende Dusche. Ob das besser funktioniert. So. Schließlich will ich... Ja, jetzt duscht er auf jeden Fall richtig. Ich will ihm ja auch keine so eine moderne Dusche, die so nach Stadt aussieht, kaufen. Das sollte schon so eine Baumhausdusche bleiben. Okay. Als nächstes musst du dich unbedingt mal um den Garten kümmern, bewässern und hier ganz dringend jäten. Das wird leider ein Weilchen dauern. Und dann kannst du auch mal alles ernten. Ob ich da mal... Ach, dann sage ich hier zu alles ernten. Da kann man leichter drauf klingen. Und wir bewundern in der Zwischenzeit mal hier diesen Baum, wie viel da dran hängt. Richtig schön. Ah, jede Menge. Das reicht für Wochen. Das ist gut. Ich denke mal, jetzt hat er seine Versorgung mit diesem... Huch. Nein. Mit seinen verbotenen Früchten ziemlich sichergestellt mit dieser Ernte. Ja. Gut. Hygiene hat geklappt. Wird er irgendwie schneller dreckig als andere Sims? Denn... Hatte er nicht gerade geduscht, bis er sauber ist? Oder vielleicht... Nee, er hat nur eine erfrischende Dusche genommen. Nun ja. Auf jeden Fall ist er im grünen Bereich. Das ist ja in Ordnung. Schlimm ist eigentlich vor allem der Spaß, der ihm fehlt. Na ja, hier. Das wächst auch ganz prima. Ja, überall hängt was. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gucken, ob er da jetzt auch schon Brombeeren von erntet. Ja, ein paar. Oh, sogar ganz gute vom Wert her. Die könnte er dann durchaus an seinem Stand verkaufen. Ja. Gut, dann machen wir hier mal langsamer und veredeln dann mal die Erdbeeren auf die Löwenmäulchen. Okay. Und... Auf die Löwenmäulchen drauf. Ja, das schaffst du noch. Eine neue Kreuzung. Genau. Löwenmäulchen. Sehr schön. Schauen wir mal, was er so braucht. Außer Spaß. Ein bisschen Wasser. Naja, er geht jetzt eine Runde lesen. Das lassen wir einfach mal. Und dann lasse ich ihn nach dem Lesen nochmal in den Pool springen. Dann hat er sein Wasserbedürfnis erfüllt. Ja, lese einfach mal. Schon fertig gelesen. Tja, damit hast du dich jetzt aber... Jetzt holt er sich noch ein Buch. Okay. Du könntest auch mal einfach so ein Buch fertig lesen. Geh doch mal in den Pool. Energiegeladene Runden schwimmen. Ja. Na, das ist doch gut. Und für den Spaß hilft das auch. Sehr schön. Okay. Der nette, kleine Gartenpool. Na, da kann man ihn sogar sehen, obwohl das Wasser so trübe ist. Ah, mal gucken, wie viel von den Früchten. Elf. Das heißt, es waren zehn am Baum. Eine hatte er ja noch. Die volle Ernte. Sehr gut. Und ich packe mal die Brombeeren ins Standinventar. Sehr gut. Und jetzt kannst du nochmal in diesen Baum gehen. Und ich probiere einfach nochmal ein bisschen Froschzüchtung. Vielleicht entsteht ja mal ein wertvollerer... Ah, wieder ein Tigerfrosch. Den können wir auch in den Stand packen. Ja. Sehr gut. Na, hier können wir ein bisschen was verkaufen. Das bringt jetzt zwar nicht viel Geld, aber so ein kleines Taschengeld zwischendurch. Er hat ja auch genug Geld momentan. Ist zwar alles andere als reich. Aber um über die Runden zu kommen, reicht das lässig aus. So. Jetzt beschleunigen wir das Ganze mal, dass er da auch bald wieder rauskommt. Und ich hätte gerne mal wieder Kristalle. Okay, da ist er wieder. Oh, er hat wohl so eine... Er hat eine Frucht dazu gekriegt. Hey, ich wollte Kristalle. Das heißt, wenn man da oft genug reingeht, dann kriegt man irgendwann schon nochmal Früchte. Weißt du was, Darwin? Du könntest nochmal hier zu der Waldlichtung reisen. Ich denke mal, die ist auch sehr schön für einen Pflanzensinn. Da kannst du ein bisschen angeln. Mal gucken, Wasser kriegt er dort nicht. Aber das hat er ja gerade genug. Okay. Ja, wunderbar. Geh doch einfach mal eine Runde angeln. Ja, sein Wasser geht deutlich runter. Dann muss er wohl relativ bald wieder nach Hause. Man hätte diese Kühlbox mitnehmen können. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, so sieht man die noch schöner, diese Lichter. Das ist doch ein schönes Bild. Ist es eigentlich eine passende Beschäftigung für Pflanzensims zu angeln? Ach, bestimmt. Auf jeden Fall macht es ihm ein bisschen Spaß. Und das ist ja wichtig. Dann lasse ich ihn hier mal angeln. Bis sein Wasser irgendwie ihn zurückkehrt mahnt. Ja. Und dann gucken wir mal, ob es hier irgendwas wächst oder so. Na, immerhin hat er Level 3 der Angelfähigkeit. Löwenmäulchen hat er selber. Was hat er da jetzt gefangen? Ein Emotionsdrang. Nun gut, das ist in Ordnung. Hm. Hier sind oft so lustige Augen. Eine Kuh pflanzen wäre. Na, das ist toll. Okay. Okay, er sollte auch nach Hause, denn sein Wasser wird rot. Geh mal nach Hause. Ah, und hör auf zu angeln. Okay, spring mal schnell in den Pool, mein Lieber. Ja, ja. Was ist dein Problem? Na, das war wohl der Schrei nach Wasser. Ich guck mal, wo man noch so eine Kuhpflanze unterkriegen könnte. Vielleicht da irgendwo. Denn die muss er ja auch für seinen Gärtner bestreben. So. Ja. Ich versuch mal, ob er die da pflanzen kann. Und Wasser ist wieder voll. Spaß steigt auch. Sozial fehlt natürlich ein bisschen. Ja, das leuchtet ein. Laden wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal deinen Club ein. Jetzt bin ich gespannt, ob die dort anwächst. Zu unter den Bäumen. Ja, das ist gut. Dann musste die natürlich noch bewässern. Bewässern. Und hat er ein Haustier. Pflanzen Sim und Pflanzen Kuh, beziehungsweise Kuhpflanze. Passt doch gut zusammen. Ja, dann würde ich sagen, nutz doch mal den Abend, um noch mehr auszustellen. Dann kommen auch Leute und dann kannst du vielleicht mit jemandem quatschen. Jawohl, das sieht doch gleich viel besser aus. Bediene mal den Stand. Ja. Okay, tut er das schon. Ja, dann kannst du mit dem Gartenverkauf beginnen. Können die Leute, die nach Feierabend so vorbeikommen, gucken, ob wir da einen besseren... Ja, der Ausblick ist noch besser. Und jetzt warten wir mal auf Leute und dann kann er mit denen auch reden. Ja, wo ist der hingerannt? Uhu, wo bist du? Rennt da gleich hoch. Ihr sollt kaufen. Nicht bei ihm die Bude stürmen. Na, da wird schon jemand kommen, mit dem er quatschen kann. Tja, wo bleiben sie? Die Käufer und die Leute zum Quatschen? Da ist einer, mit dem lasse ich ihn mal reden. Zuspruch geben. Von Interessen schwärmen. Ähm, herbeirufen. Tag verschönern. Na, ob das wohl stattfindet? Nicht so ganz. Jetzt kommt er angeschlappt. Ja, kauf mal was Schönes. Es wäre jetzt natürlich toll, wenn er da ein paar wertvolle Kristalle hätte. Aber so geht das auch mit dem Verkauf. Ja. Na, immerhin. 112, 7 Millionen. Dass die immer in den Müll wühlen. Und der Typ ist abgehauen. Und dann brauchst du mit dem nicht mehr plaudern. Immerhin hat er was gekauft. Ah. Eine Frau. Wie wär's denn? Ist das nicht vielleicht die, von der du die Flirt Bohne gekriegt hast? Oder war das eine andere? Ich glaub, das ist die. Na, da gucken wir doch mal. Kennenlernen. Herbeirufen. Wir stoppen mal den Gartenverkauf. Lassen ihn aufhören, den Stand zu bedienen. Und mit der Frau reden. Und dann sehen wir mal, was sich da so ergibt. Ja, sie ist ein Geek. Von Herzen kommt das Kompliment und Tag verschönern. Und noch mal Tag verschönern. Und von Natur schwärmen. Über Interessen reden. Die Frage ist, ob sie sich als Geek irgendwie für ein Pflanzensimm-Leben wirklich eignet. Nun, oh, sie ist zimperlich auch noch. Aber sie verstehen sich ganz gut. Ja, über besten Köder reden. Und Jan Björksen lädt in die Bar ein. Ich denke mal, ich lasse die beiden einfach sich noch weiter unterhalten. und mache aber mal ein Cut für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.